Hallo, willkommen heute zu einem Verlosungsvideo und zwar wurde mir von Romeway ein Mantel zur Verfügung gestellt, den ich wirklich auch persönlich sehr, sehr schön finde, muss ich sagen, zur Verlosung bereitgestellt und deswegen lade ich das heute sonntags hoch, weil Sonntag ist immer ein schöner Tag. Den könnt ihr gewinnen und zwar, wenn ihr euch den anschauen wollt, solltet ihr mal unten in der Infobox nachschauen. Genau der erste Link ist der Mantel und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr einfach mitmachen, dann solltet ihr jetzt aufpassen, was die Teilnahmebedingungen sind. Es gibt eine Teilnahmebedingung von Romeway und zwar solltet ihr auf den Link, wo ihr den Mantel jetzt auch vielleicht schon angeschaut habt, draufklicken und da drunter einen Kommentar posten, zum Beispiel, ich finde ihn schön oder ich würde ihn gerne haben, irgendwas drunter posten. Und meine Teilnahmebedingungen sind dann einmal, dass ihr natürlich Abonnent von mir seid, ich hoffe, das ist verständlich, wenn nicht, dann einfach noch abonnieren, dann einen Kommentar drunter schreiben, ihr könnt so viele Kommentare, wie ihr wollt, drunter schreiben, ihr solltet aber nicht spammen, also nicht immer das gleiche drunter schreiben, sonst wird das nämlich schnell als Spam markiert und könnt auf jeden Fall so viel drunter schreiben, wie ihr wollt und wenn euch den Mantel bzw. die Verlosung gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch geben und ja, das war es erstmal an Teilnahmebedingungen. Der Wettbewerb geht eine Woche, das heißt bis nächste Woche Sonntag. Und da wird dann sozusagen die Gewinnerin festgestellt und die werde ich dann entweder per YouTube-Nachricht oder sowas anschreiben. Es gibt dann noch eine zweite Sache und zwar ist der Mantel, der normalerweise für 110 Dollar verkauft wird, falls ihr jetzt den trotzdem unbedingt haben wollt und denkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, nicht so hoch ist, kaufen wollt, nur morgen, also nur am 18. November, gibt es das Angebot von Roamway und zwar gibt es nur 700 in Stock, das heißt 700 Mantel sind verfügbar, gibt es das Angebot für 37 Dollar, also 36,99. Das wird natürlich alles auf Euro umgestellt. Oben rechts auf der Webseite könnt ihr das auf Euro umstellen. Ich schätze, dass es ungefähr 32 Euro wären und unten in der Infobox werde ich euch dann nochmal einen Rabattcoupon für 5 Dollar, die nochmal abgezogen werden, auch darauf natürlich nochmal reinstellen in die Infobox, weil ich eben gerade nicht genau weiß, wie er lautet. Wenn euch irgendwas nicht verständlich genug gewesen ist, war dann einfach mal unten in die Infobox reinschauen, da stehen auch nochmal die genauen Teilnahmebedingungen und ich hoffe, dass die kleine Verlosung am Sonntag gefällt euch und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video und zwar morgen am Montag. Tschüss!